okay habe ausgepackt das war alles wir bauen heute das hier plus 12 fast zum streamer hast du dich gerade über meinen alter lustig gemacht so jetzt aber jetzt hört es aber mal auf hier und nein hier sind schon wieder aufkleber drin ok jetzt müssen wir kurz mal hier reingucken okay okay we can't get no satisfaction still clinging on can't fight the action headlight in every kitchen we're gonna say we're the main attraction the only one who made me fly the only one who left me high high and dry i can't stop the spinning wheels never seems to be enough for me we're forever you and i together i can't breathe still dreaming caught in the notion you've got my heart and my devotion the only one who made me fly the only one who left me high high and dry nächste tüte chat aber das werden wir dann am montag weitermachen denn für heute ist schluss der stream ging lang genug ich hab noch mit mir jetzt was zu essen machen und ganz gemütlich den sonntag ausklingen lassen und wir werden dann morgen an dieser stelle weiterbauen peck w mag es ist 15 uhr mag es ist 15 uhr spinnst du oder was ja ist ja gut jetzt ey ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast halt Lego einfach mal als Sponsor. Wie krass ist das denn, Chat? Wie krass ist das denn? Du arbeitest halt mit einer Firma aus deinen Kinderjahren einfach zusammen und halt noch ziemlich cool ohne jetzt riesig große extreme Vorschriften und ihr wisst was ich meine mit vorgeschriebenen Skripten und sowas alles. Sondern du hast halt Lego zugeschickt und du darfst das halt bauen. Du kannst halt sowas wie letztes Mal machen, dass wir zum Beispiel gegen Skat und Lievette gebaut haben und so. Ist schon sehr geil, muss ich sagen. Es ist wirklich schon sehr cool, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Also ich bin oft so ein Mensch, bin ich ganz ehrlich, ich habe oft kein Verhältnis für Wertschätzung an manchen Stellen. Und also im Sinne von, man vergisst ab und zu mal, wie toll das eigentlich ist. Oder eher also, ja doch, wie toll das eigentlich ist. Und das hier ist halt wirklich, Bagger, wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das bitte? Also jetzt mal wirklich, wie geil ist das? An der Stelle. Ich bin euch echt sehr dankbar. Also ich meine, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen manchmal. Also oft, wenn man das sagt. Aber ich bin euch echt sehr dankbar, dass ihr das möglich macht. Weil am Ende des Tages macht ihr das ja möglich, nicht ich. Weil ich so toll bin, sondern weil ihr halt auch zuguckt. Das ist mega cool. Das libro ist mega cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank an der Stelle, Tschüssikowski, bis dann und au revoir!